Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Donkey Kong 64. Ja, an Ostertagen fiel jetzt Donkey Kong aus. Ich habe mir mal ein bisschen Freizeit gegangen. Von den anderen Spielen hatte ich noch ein bisschen Aufnahme und ich habe ein bisschen die Einstellung gekannt. Ich will mir hoffen, dass es jetzt klappt mit dem Drehen hier ein bisschen besser. Das habe ich jetzt über die Kreuztasten gemacht. Und wir sind jetzt nicht mehr mit 2. Level, aber das macht ja nichts. Ich hole mir jetzt erstmal hier Tiny. Und da gehen wir nochmal ins 1. Level. Und holen uns da alles. Dann können wir da nicht weitermachen. Oh, da haben wir eben die einen kleinen Pünktchen. So, da muss ich finden. Gut, ich muss mich jetzt angefühlt, dass ich das ein bisschen anders steuere, aber das kriege ich schon hin. Das wird, glaube ich, kein Problem sein. So. Tun wir uns mal schnell. Da haben wir nämlich schon mal die erste lila Banane. Das ist ja nicht, weil wir uns teleportiert haben. Da ist nämlich die zweite. Oh, hi. Da haben wir nämlich so ein Ding. Da scheint auch irgendwie ein Level zu sein, wo wir eine Banane für kriegen oder so. Ich weiß es nicht genau. Also, jetzt haben wir uns schon mal schön Bananen ein, hier. Mitgenommen. Jetzt gehen wir noch einmal hier rum und schauen uns das mal alles an. Vielleicht finden wir noch vorher was. Ne. So, wieder an das Spiel gewinnen und dann die Steuerung. Ah, hier sind noch rote. Ja, ah, ah. Wir wollen natürlich alles holen hier. Ach so, 80. So. Also, es wird jetzt bei den Leveln immer so sein, dass ich halt immer, ähm, mich da rum angucke. Warte mal, wofür brauche ich? Ach so, so kann ich die... Äh, das mache ich gleich. Ich habe jetzt für eine Steuerung aber was anderes gefunden, dass ich das machen kann. Und hoch und runter lasse ich mal auf die anderen. Ähm. Ja, ich glaube, das gefällt mir besser. Ich habe L und R und ich brauche die momentan nicht irgendwie. Und das ist ja eigentlich relativ egal. Der, 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 der. Der weißen Kopf. Das ist mir egal. Ah, eine Minze. Jawohl. Hi. Dun, dun, dun. Ja, dann müssen wir jetzt als nächstes hin. Oh. Kommt wieder, mein Freund. Ah ja, das nächste Bild und die nächste Bananawaschammer. Aber ich versuche jetzt nicht die 100% überall zu schaffen. Ist, glaube ich, auch nicht mein Ziel. Aber so das meiste können wir eigentlich versuchen hinzubekommen. Einmal eine kleine. So. Und da, 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 da. Schauen wir ihm hier vorbei. Yay. Okay. Da ist nix. Hier war blau. Okay. Ich glaube, die schrägen konnte auch der mit den langen Armen hochlaufen. Aber ich bin mir gerade nicht so sicher. Geh kaputt Und erst mal Dreie Ja, gibt ja Na Mini-Monkey Ah, okay, wir können jetzt klein werden Mhm, okay Vielleicht hat er noch was für uns, aber ich glaube nicht, ne? Ja, haben wir nicht Gut Jetzt gehen wir nach eben nach Funky, dem alten Haus Und holen uns, ähm Unsere Waffe Ich glaube, die hat drei auch gekostet Ich bin mir jetzt aber nicht sicher Ich bin mir offen, dass sie nur drei gekostet hat D, 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 D Nein Na, eben kurz Pause drücken, dann geht das weg Ah, äh D, 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 aber wieder Pause drücken Ja, hoffentlich hat es so drei gekostet Aha, ja Jo, mit den Federn, genau Der Featherbow Hm, na, das weiß ich ja So, das haben wir Jetzt schwingen wir uns mal kurz da rüber Haben wir noch was? Da, 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 da Güsst Ah, ne Da machen wir uns mal kurz SUPF na spiel nicht rumspinnen ja nix mehr aber die banane holen uns denn das ist immer so aufwendig ist aber ne geile sache wir haben jetzt nicht zwei bekommen warum haben wir jetzt zwei bekommen ach ja wir hatten ja von dem level davor beziehungsweise in dem üsten level schon was bekommen ja gut das ist schon mal geil haben wir das fertig ich glaube hier waren die stammt woanders rum dann sind wir schon mal hier irgendwo ich weiß nicht wo keine ahnung sind ok jetzt haben wir irgendwas aktiviert davon ist was da können wir also rein wenn wir klein sind ok ach so da kommen wir schon auf den pilz hier springen oder so dann gehe ich noch mal dahinter gucken kriegst du auch noch was und ich die christel zu viel einsammeln da brauchen wir nicht mehr das wollen wir gleich ok wir beeilen uns ja mal kurz hier durchlaufen bananen sammeln sauber die bananen shit schon mal so wenn man das ja auf den pilz können ein bisschen twiggy aber und so das kann uns nicht keiner von keks gehen aber die musik wieder ein bisschen dort kann man auf die bäume davor hat aber noch so link okay die man auch noch im rhein das ist eine gute Melodie Mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Irgendwie kann man dieses klei... Ah. Ah. Muss das beim So machen. Yay. Und nochmal klein werden. Wie gesagt, 100% werde ich nicht machen, aber ich werde halt versuchen, in jedem Level das meist zu finden. Wir haben jetzt erstmal den ersten Boss gemacht, der zweite wird vielleicht nicht mehr lange auf sich ver... Okay. Irgendwie. So ein Ding haben wir... Oh. Aua. Knaten. Äh. Äh. Na, muss ich... Bisschen da gewinnen, man die Steuerung. So. D, 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 D. Wollen wir drauf gehen? Ne. Dafür brauchen wir das. Zwei war vorne raus. Schaffen wir. Von drei... Von zwei geht's an den drei... Mal einsammeln. Eins, zwei... So. Ja. Dankeschön, Jungs. Mal schauen wir hier hinten, ob hier noch ein Ballon rumschwirrt. Nee. Tätig mal, dass wir hier einen Endschluss drei Stück haben und eine Banane, ne. Auf jeden Fall irgendwas lilanes da. Was das jetzt Bananen waren, hoffentlich. Tö, tö, tö. Hier. So ein kleiner Affenkopf. Tschüss. Ja. Da haben wir eine Banane. Ich will nur meine Banane. Donkey Kong. 14 Stück schon mal. Tschüss. Jetzt gehen wir wieder. Dann haben wir noch unten bei Quank. Hier haben wir dann halt noch das, ne. Ja, das schaffen wir, das machen wir auch noch. Machen wir halt etwas längere Folge. Und heute so eine kleine Tiny, Teeny, Tiny, Mini-Runde. Die können wir dann auch mal... So, haben wir das schon gehabt? Boah, wo wäre der in fünf? Boah, das ist aber auch. Hup, hup. Hup, hup. Ich schwimme jetzt bei ihm da rüber. Ich konnte, glaube ich, irgendwie fliegen oder so. Ich fliege mir das denn nochmal, Mensch. Kopf, kotz, kopf, kotz. Keine Ahnung. Irgendwie konnte man auf jeden Fall mit mir fliegen. Oder so. Mit den Haaren sich drehen. Zack. Zack. Bata-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Irgendwo habe ich jetzt zwei Bananen vergessen. Werden jetzt hoffentlich irgendwo auftauchen hier. Ah, da bekommen wir unsere Bananen. Na, jüss. Banana. So, nochmal ein kurzer Abkürzung, zack. Und da war das. Wo sie denn? Da ist sie. Jetzt hat sie sogar mehr Bananen als Didi hier in diesem Level. Das endet sie vielleicht auch noch. Tod. Wollen wir noch Melonen-Stückchen? Ja, einen brauchen wir. So, gut. Ich sah ein paar Dinge ein hier. Und ich würde sagen, da wir gerade hier in dieser Mine sind, verabschiede ich mich für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Euer Flashdorby. Und tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge.